Endressenhauser ist ein weltweit führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen, der industriellen Prozestechnik und Automatisierung. Für die Produktion von unseren sehr komplexen Messgeräten, die individuell für die Kunden hergestellt werden, ist Kommunikation natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Unsere Kommunikationslandschaft hatte sich über viele Jahre hinweg entwickelt und war höchst komplex. Unser Ziel war, eine digitale und moderne Arbeitsumgebung zu gestalten, die die Kommunikation unterstützt und unseren Mitarbeitern Spaß macht. Unsere Wahl fiel auf Office 365 von Microsoft. Mit Office 365 erhält Endressenhauser leistungsfähigere und zukunftsweisende Programme, mehr Mobilität und eine bessere Konnektivität. Die Daten liegen sicher vor Ort in der Cloud und können weltweit auf freigegebenen Unternehmensgeräten verwendet werden. Unser größter Schmerz war, Lotus Notes bot keine Anbindung an unser CRM-System. Heute nutzen wir ein Standard-Add-In in Outlook. Damit müssen Sie Ihre Kontakte nur an einer Stelle pflegen und nutzen Sie dann auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Dank OneDrive for Business kann ich überall auf meine Daten zugreifen. Und das Beste, wird der Rechner mal geklaut, gehen keine Daten verloren, sind alle sicher in der Cloud gespeichert. Innerhalb Office 365 spielen die Anwendungen perfekt zusammen. Zudem lassen sich Outlook, Skype und OneDrive sehr ähnlich bedienen, was es einfach macht. Das war ein wichtiger Grund, warum wir uns für Office 365 entschieden haben. GRB hat das Projekt gemeinsam mit Endressenhauser geplant und gemeinsam erfolgreich umgesetzt. So konnten wir die 13 dezentralen Lotus Dominion Systeme auf eine zentrale Office 365 Plattform migrieren. Unsere eigenen IT-Spezialisten haben die Microsoft Cloud Infrastruktur auf Herz und Nieren geprüft. Von allen Cloud Service Anbietern erfüllt Microsoft weltweit die höchsten Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit. Am ausgewählten Pilotstandort in Holland haben wir drei Monate vor Goal Life die technischen Prozesse geprobt. Dabei wurden auch die Trainings, das tägliche Arbeiten über einen längeren Zeitraum, der Helpdesk und die neu eingeführte Support-Community getestet. Von dieser Erfahrung haben wir dann profitiert, als wir das Projekt weltweit erfolgreich ausgerollt haben. Momentan werden jedes Wochenende 700 Benutzer transformiert, können Montagfrüh sofort loslegen und dies ohne Produktivitätsverlust. Sie arbeiten in der Cloud, kommunizieren über Skype und nutzen alle Anwendungen auch mobil. Somit erhält die komplette Firmengruppe in nur 16 Wochenenden einen digitalen Arbeitsplatz. Willkommen in der neuen Welt! Ein Projekt in dieser Größenordnung schafft man nur erfolgreich, wenn man einen Partner hat, dem man auch vertraut, auf den man sich verlassen kann und mit dem man gemeinsam alle Herausforderungen meistert. Mit dem digitalen Arbeitsplatz machen wir einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung, Vereinfachung und Harmonisierung. Er wird uns helfen, agil und flexibel zu arbeiten. Mit Office 365 stellen wir Teamwork in den Vordergrund und können so gemeinsam mehr erreichen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020